Die drei Jungs müssen wir jetzt einfach irgendwo wieder hinstellen, wo kein Feuer ist. Jedenfalls nicht so nah dran. Zack, zack, zack. Jo, wackelt schön flassig vor sich hin. Sehr gut. Wir brauchen neue Sachen für unsere Farben. Also stopfen wir da einfach mal irgendwelche Sachen rein. Damit die nicht untätig sind. Und Wilson hat Hunger, weil die Drachenfrüchte fast gar nichts an Nahrung bringen. Na gut, dann isst du halt das normale Fleisch. So, so, so. Und wir schauen jetzt bei allen Schweinen einmal vorbei. Denn wir brauchen ein neues Pigskin. Das kennen wir so ja gar nicht. Wir leben ja eigentlich im Pigskin-Überfluss. Ja, ich bin kein Schwein. Ich will dich umbringen. Komm her. Wäre auch zu schön gewesen, sofort eins zu bekommen. Aber das war jetzt Schwein Nummer 1. Immer schön dran denken, 25% Chance sollen die haben. Also wenn ich beim vierten Schwein keins bekomme, dann werde ich grumpig. Und ja, das ist nur der Durchschnitt und so weiter, aber trotzdem. Also wir hatten oben, glaube ich, gar keins, oder? Ich glaube, wir hatten nur Osten, Süden, Westen jeweils Hütten aufgestellt. Und im Westen zwei Stück. Nö, hier oben ist nix. Nur jede Menge Dünger. Aber den brauchen wir ja auch. Zum einen für die Farm, zum anderen für Kohleersatz. Nix mehr? Nö. Oh, Hasen. Du kannst auch mal mit. Zack. Und da sind die Stachelfallen, die nicht richtig gestellt sind. Die kommen mit. Und werden so nochmal neu aufgestellt. Das heißt, sie sind einfach nur zum Angreifen da und danach muss man nur neu machen. Also man kann die Gegner nicht immer wieder hin und her durchziehen. Einmal Seide. Sehr schön. Wollen wir davon noch ein paar aufstellen? Fallen. Jo, komm. Zwei Stück können wir davon bauen. Das machen wir doch gleich mal. Direkt neben das Ding. Und wecken wir sie mal. So, jetzt wird er durch die Fallen laufen. Zack. Böse, gelbe Spinne stirbt auch. Zing. Tot. Gute Sache. Und dabei verlieren sie wohl anscheinend jeweils 10%. Da müsste auch eine Spinne drin gewesen sein. Jo. Nochmal gegenhauen. Keine Spinne mehr drin. Weg mit dir. Oh. Keine neue Spinnei. Ah, stimmt. Das müssen die drei Etagen haben. Oh, na gut. Wir haben hier unten immer noch irgendwo ein Spinnei, das inzwischen auch schon wieder zwei Etagen hat. Müssen wir uns also nicht wirklich Gedanken drum machen. Außerdem haben wir auch noch zwei Spinnei in der Kiste. So, kommt alles wieder mit. Neues Gras brauchen wir auch noch. Und dann können wir nochmal wieder zurück. Wir sollten nicht allzu lange von dem Lager wegbleiben, wegen den Eiern. Nicht, dass da irgendwann ein Schwein reinläuft und alles aufisst. Das wäre gar nicht gut. Aber sieht ja soweit ganz gut aus. Vier, fünfmal Samen auf derselben Stelle. Da ist doch irgendwas verbatgt. Die Vögel sind echt komisch. Das sind immer am Anflattern ihre Samen. Da lassen wir sie wegflattern. Also ja, vielleicht lassen sie die Samen auch nicht da, sondern schietern einfach rum. Aber lassen wir das mal. So, zack. Die wollte ich eigentlich weiter außerhalb aufstellen. Genau hier oben. Du kannst noch mit. Du kannst noch mit. Und dann gucken wir nochmal schnell, bevor es dunkel wird. Ich kann dich nicht drin lassen, weil du sonst so viel Lärm machst. Ich wollte jetzt eigentlich, bevor es dunkel wird, nochmal schnell nach Süden gucken. Zu unserer Schweinehütte da. Wenn es da dann wirklich eine gab. Jo, gab es. Gibt es auch ein Schwein? Ja. Komm her. Gib mir ein Picskin. Schwein Nummer zwei ohne Picskin. So, für das Protokoll und so. Und im Westen sind die bestimmt noch nicht wieder da. Die haben wir gestern erst. Oh. Okay. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Dann legen wir Fleisch. Ah, Fleisch ist wichtiger als nach Hause gehen. Ah, Schwein Nummer drei, Picskin. Sehr schön. Dann höre ich ja schon auf zu meckern. Er hat ja vorhin nur echt Pech gehabt. Eins, zwei, drei, vier. Die Jungs einsammeln, nachdem wir aussortiert haben. Die beiden werden gleich gegessen. Jam, 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 jam. Die beiden werden verkocht. Und dann wegsortiert. Du da rein, du da rein, du da rein. Du wirst gleich benutzt. Du kommst auch mit da rein. Monster Fleisch. Haben wir nie gelagert, oder? Können wir jetzt mal lagern. Vogel auch. Und das Ding behalten wir jetzt erst mal als quasi Heiltrank dabei. Was mir gerade einfällt. Wir haben jetzt alle vier Drachenfrüchte verkocht und haben keine Samen mehr. Oh, 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 die viel. Die frieren, ja. So, besser. Sehr gut. Ja, unsere drei Tamagotchis. Die Sachen können wieder da rein. Die Sachen können wieder da rein. Oh, wir hatten nirgendwo Goldslots. Na gut. Die können da auch mal rein. Holz kann auch inzwischen wieder hier bleiben. Das Picskin benutzen wir gleich mal. Haben wir noch Krass für ein Seil? Ja, haben wir. Gleich einen neuen Footballhelm. Und den legen wir erstmal hier hin. Oder nee, am besten legen wir es zu den anderen Sachen da unten hin. Da. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann mal was etwas Gefährlicheres angehen, dann wechseln wir diesen angeschlagenen Helm mit dem guten Helm aus und gehen dann erst los. Wenn ich denn dran denke. Was haben wir hier? Einmietistu. Wir sind bei 60. 93. Sehr schön. Die ganzen Samen können wir auch mal verkochen. Also jedenfalls fast alle. 10 oder so können wir überbehalten zum Farmen bestücken. Apropos Farm. Wir sollten endlich mal die beste Farm erforschen. Damit das alles in Zacken schneller geht. Farmen, Turbofarm. Braucht 10 Gras, 4 Steine und Dünger. Steine müssen wir noch haben. Steine. 34 Stück. Ja, das sollte reichen. Gras ist das Problem. Das können wir aber morgen früh kaufen. Und Dünger. Dünger haben wir 8 dabei. Das reicht für eine. Wir können aber die alten Farben mal zerkloppen. Gucken wir mal was passiert. Ah, können wir nicht. Können wir vielleicht nur, wenn da keine Sachen drauf angebaut werden gerade. Ah, und die Jungs schwitzen. Was zur Hölle willst du in meiner... Ey! Das ist ja ein komischer Kauz. Warum hat er uns einfach so angegriffen? Ah, wahrscheinlich hat er gestern gesehen, wie wir seinen Freund umgebracht haben. Aber er wollte trotzdem nach Hause. Und ist dann morgens aufgewacht und hat morgens erst das Ganze gemacht. Na gut. Trotzdem komisch. Und ich brauche einen neuen Hammer. Weil ich ihn nicht mit dem Speer erschlagen habe, sondern mit dem Hammer. Was brauchen wir für den Hammer? Werkzeug. Hammer. Zwei Seile. Einen Seil haben wir noch. Oh, ich höre Wölfe. Helm weg. Anderer Helm rauf. Rüstung an. Spiel in die Hand. So bräuchte ich eigentlich noch einen neuen Speer. Waffen. Speer. Ein Seil. Ganz schnell ein bisschen Gras sammeln. Und ja, ein Seil war eigentlich im Rucksack, aber den will ich jetzt nicht extra aufheben müssen. So, ein Seil. Ein Speer. Warum haben wir den Helm nicht aufgesetzt? Ah, der Helm ist im Rucksack gelandet. Ach du, gute Güte. Es werden ja echt immer mehr. Wo sind meine Fallen? Wo sind meine Fallen? Da sind meine Fallen. Zack, zack. Und komm. Jax. Greift an. Hülalü. Ein paar Einzelne Wölfe können wir umbringen. So. Wow. Die stürzen sich alle auf das Fleisch von den anderen Wölfen. Das ist ja echt wie wild. So, Helm ist kaputt. Wir hauen hier einfach mal rein in der Hoffnung, dass wir keinen Jack treffen. Oh, Jack ist tot. Die sind alle noch beschäftigt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ähm. Wir haben kein Fleisch zum Ablenken dabei. Oh. Wir brauchen jetzt unseren richtigen Rucksack. Welcher auch immer der richtige Rucksack ist. Komm, der ist alleine. Komm. So, wuchs. Ich will eigentlich nur den Rucksack aufmachen und den Helm rausholen. Aber so geht das ja auch. Also, Rucksack. Näää. Komm her. Doowa. Nicht angucken. Oh, oh. Der Speer ist kaputt. Und der andere Speer ist auch im Rucksack. Nee, der ist da. Nicht in Panik gefallen. Ganz ruhig. Alles tot machen. So. Rucksack. Das war der falsche Rucksack. Nee. Ja. Wir haben hier immer einen leeren Rucksack da unten liegen. Für den Fall. Dann wird das da der richtige sein. So. Helm aufziehen. Rüstung wieder anziehen. Restlichen Wölfe töten. Nicht meine Forschungsmaschine kaputt machen. Du bist Ding. Also, wir haben anscheinend gerade einen Jack verloren. Was nicht so gut ist. Denn die respawnen ja anscheinend nicht. Das heißt, wenn wir jetzt nach und nach bei jedem Wolfsüberfall ein, zwei Jacks verlieren, haben wir irgendwann keine mehr. Und das wäre echt nicht schön. So. Die kommen mal alle mit. Was mit meinen Jungs passiert? Wir haben nur ein Ei eingesackt. Oh, da ist der Rest im Rucksack. Wo habe ich jetzt den Rucksack hingeschmissen? Naja, genau daneben wieder. So. Du kannst jetzt mal weg. Du kannst in die Hand. Ah, da sind die beiden. Ja. Sehr gut. Alles einigermaßen heil überstanden. Gute Sache. Also, durchatmen. Ähm. Das kann da rein. Das kann da rein. Die Drachenfrüchte sollten wir essen, damit wir ein bisschen geheilt werden. Die Jungs tickern vor sich hin. Und wir wollten jetzt Gras sammeln. Was wir die Farben brauchen. Das kann auch mal mit. Hat sich nicht irgendwann mal eine richtige Grasfarm angelegt? Also, wo viele davon nebeneinander standen? Hätte ich eigentlich schwören können. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, das war in der Nähe von der Basis. Also, ja, es steht so auch überall Gras rum. Aber es wäre schon ganz praktisch, wenn man... Ah ja, hier. Mitten in der Basis. Aber die brauchen irgendwie recht lange zum Wachsen. Na gut, können wir nicht ändern. So. Wir wollten zurück zum Lager gleich. Einen neuen Hammer bauen. Mit dem Hammer die alten Farben alle abreißen. Vorher müssen wir allerdings noch das Feuer anschmeißen. Eins, zwei, drei, vier. Die Jungs aufheben, näher ans Feuer bringen. Eins, zwei, drei. Nicht aus Versehen kochen. So, Hammer. Hammer. Ein Seil noch. Können wir das Ding jetzt abreißen? Ja, können wir. Kommt Holz, Dünger und Gras bei raus. Sehr schön. Das da muss alles noch einmal gedüngt werden, damit wir es abbauen können. Zweimal Mais. Sehr schön. Und einmal Karotte. Hammer, 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 Hammer. Hammer, 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 Hammer. Und... Hammer, 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 Hammer. Und jetzt kommt die Leertaste echt gut an. Das kann ich nämlich alles einfach so aufsappeln lassen. Dummi, 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 dummi. Nebenbei kann ich gucken, ob den Jungs gut geht. Ja, tut es. Die Stückchen unten sind auch schon wieder Respawn. Sehr gut. So, jetzt hätten wir gerne die Super-Ultra-Mega-Farm. Genau die hier. Und wir haben nur genug Dünger für eine. Das ist doch doof. So, die sieht auch mal richtig schick aus. Wir hätten gerne... ...was da angebaut. Nicht mit dem Hammer auf Kisten schlagen. Das müssen wir jetzt alles neu einsortieren. Das müssen wir jetzt alles neu einsortieren. Nicht mit den Speeren auf Kürbisse schlagen. Und er ist hungrig. Ja. Hier. So, das muss auch noch eingesammelt werden. Und da schläft ein Hase. Kommt wahrscheinlich aus der Kiste. So, das kann rein. Das kann rein. Mais kann rein. Zähne können rein. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles bis auf den Hasen da. Ah, da lag noch was. Okay. Das muss alles natürlich auch noch rein. Du und du und das ganze gute Fleisch. Vielleicht kann ich den Hasen da irgendwie nicht anvisieren. Jetzt ist er weg. So, schnell die Jungs retten. Eins, zwei, drei. Und erstmal einen kleinen Cut. Also bis gleich.